Ich werde aus diesem gottverlassenen Drecksnest eine Goldgrube machen. Ich mach aus diesem Niemandsland ein Urlaubsparadies. Mit Einbad und Hinterwand, Diskothek im Burgverlies. Die Straßen werden ausgebaut mit Autobahnabfahrt. Für's sich zu widersprechen traut, wird einfach eingespart. Eingespart? Eingespart! 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 Tumbl, Tumbl, Tumbl,� ui bhi 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 bhi. Der Akkletplatzhülben, schnell im Biss, wenn wir aufs freies Feld. Jawohl! Dann gibt es Brathäischen von Spieß und Parken, kostet keine Geld. Das Kont mostra wird abgefüllt, ein wenig kolorierend. Wird es dann etwas abgekühlt, als Eis verkauft mein Witt. Holadis, 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 Holadis Warum? Einfach um? Einfach um! Ah, ah, ah! Einfach um! Dann wird der Steinbruch umgebaut zur Giftmülldeponie. Der Bürgermeister wird vertraut, das ist Demokratie. Es wird ein Staudermann gelegt, das Teil tritt einen Teich, der sich mit der Natur verträgt, das E-Werk macht mich reich! Oh, yeah!